Herzlich willkommen zu unserem heutigen Tutorial. Hier zeigen wir die Einrichtung der Synchronisation für mobile Endgeräte. Vorab ist es wichtig zu wissen, dass wir direkt über WLAN bzw. UMTS, also über die Internetverbindung Ihres Handys, arbeiten und Sie deshalb kein Kabel brauchen. Die Synchronisation läuft auch nicht über Outlook. Wir empfehlen außerdem, die Synchronisation aus Kostengründen im Ausland temporär zu deaktivieren und eine Internet-Flatrate für Ihr Mobilgerät. Wir treffen hier alle Vorbereitungen für die Einrichtung der Synchronisation direkt vorab in der eClubware auf dem Computer und zeigen Ihnen, welche Parameter Sie hier anpassen können. Zum einen sehen wir den Kalender, hier von unserer Demo-Benutzerin Nicole Oster. Später können wir hier überprüfen, ob auch alle Termine auf dem Client übernommen wurden. Außer Terminen synchronisieren wir Adressbucheinträge und Aufgaben aus der Infolok-Anwendung. Um die Anpassungen vorzunehmen, klicke ich auf Einstellungen in der oberen Menüleiste. Hier ist es wichtig, dass Sie das Protokoll CalDAF-KDAF auswählen, da hierüber mit der App synchronisiert wird. Unter Kalender kann ich einstellen, welche Kalender synchronisiert werden. In unserem Fall wählen wir hier nichts aus, weil wir unseren persönlichen Kalender synchronisieren. Im unteren Bereich geben Sie den Zeitraum der Synchronisation an. Die Einstellung, Termine bis zu einem Jahr in die Zukunft und 100 Tage in die Vergangenheit zu synchronisieren, hat sich bei uns bewährt, kann aber von Ihnen auch geändert werden. Beim Adressbuch wähle ich jetzt, welche Adressen ich synchronisieren will. Das persönliche Adressbuch wird immer synchronisiert. Ich kann aber weitere Adressbücher auswählen. Hier zum Beispiel füge ich noch die Geschäftskontakte hinzu. Als letzten Schritt passe ich noch an, welche Typen von Infologs auf dem Endgerät synchronisiert werden sollen. Die Voreinstellung hier ist Aufgaben. Wenn Sie andere Infologs hinzufügen wollen, zum Beispiel Anrufe, markieren Sie diese einfach mit einem Haken. Sollten Sie den Menüpunkt Einstellungen CalDAF-KDAF nicht haben, dann liegt das daran, dass Ihr Administrator diese Einstellung noch nicht für Sie freigegeben hat. Soviel zu den Einstellungen in der eGroupware. Wir wechseln für Teil 2 zur Ansicht des Mobilgeräts. Auf unserem iPhone gehen wir nun zu den Einstellungen. Hier scrollen wir weiter nach unten zum Menüpunkt Mail-Kalender-Kontakte. Dann wähle ich, um einen Account hinzuzufügen, unter den Optionen ganz unten Andere aus. Für die Synchronisation des Kalenders klicke ich auf CalDAF. Dann gebe ich die URL meiner eGroupware an, also die Adresse, unter der ich meine eGroupware erreiche. In unserem Beispiel ist die URL webinar.eGroupware.de. Wichtig ist aber, dass Sie auf Ihrem Smartphone genau die URL zu Ihrer eGroupware eintragen. Genau so geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort an und bestätigen dann. Die Zugangsdaten werden jetzt überprüft. Wenn alle Angaben richtig waren, legen Sie jetzt noch fest, was mit Terminen auf Ihrem iPhone passiert. Sie entscheiden hier, ob Termine gelöscht oder behalten werden sollen, genauso mit Erinnerungen. Ihr Kalender und Ihre Aufgaben werden jetzt übertragen. Apple-Geräte übernehmen automatisch Ihre Infolog-Aufgaben in iCal. Falls Sie noch mehr Funktionen benötigen, können Sie die kostenpflichtige App eTask von DNFS herunterladen. Diese ermöglicht es zum Beispiel, Infologs nach Prioritäten zu ordnen. Wenn ich jetzt den Kalender anklicke, sehe ich direkt, dass meine Termine schon übertragen sind. Im zweiten Schritt verfahre ich wie bei der Einrichtung der Kalendersynchronisation, um meine Adressen zu synchronisieren. Hierzu wähle ich wieder Account hinzufügen und dann das Protokoll CardDaf aus. Auch hier gebe ich die URL und den Benutzernamen an und kann eine Beschreibung eintragen. Hier sehen wir unsere beiden neuen Accounts, Termine und Kontakte. Eventuell ist es noch notwendig, als Standard-Account Ihre eClub-Wert zu wählen, damit Ihre Termine auch tatsächlich hier erzeugt werden. In den Einstellungen können Sie auch später jederzeit Anpassungen vornehmen. Wenn Sie zum Beispiel genauer festlegen möchten, was synchronisiert werden soll, wählen Sie es über die Einstellungen aus. Wir sind am Ende unseres Tutorials und Sie wissen jetzt, wie Sie Kontakte, Kalender und Infologs ganz einfach mit Ihrem Tablet oder Smartphone synchronisieren. ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020